Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Gestern gab es relativ wenig Bewegung, deswegen hat sich gestern einfach ein Video nicht mehr wirklich gelohnt. Heute könnte es sich ein bisschen mehr tun. Wir hatten ja gestern noch unseren Peak hier oben auf 27.400 US-Dollar. Schauen wir jetzt einfach mal, ob der möglicherweise heute nochmal gefischt wird, was das für unsere möglichen Trades bedeutet. Und wir werden nochmal ganz kurz auf die Stockmärkte auf jeden Fall nochmal gucken. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, natürlich for free. Es gab auch gestern so eine kleine, ich sage jetzt mal Umfrage in Anführungszeichen. Für unseren Podcast würden wir gerne ein paar Fragen sammeln, Q&A, könnt ihr einfach im Endeffekt direkt da drunter stellen. Also wenn ihr Bock habt, euch daran zu beteiligen, schreibt gerne eure Fragen, egal was, gerne da drunter. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Gestern short geplant bei 27.000 US-Dollar. Öffentlich nicht gemacht, mich hat es in Stop-Loss gejagt. Denn erstmal habt ihr nochmal einen Nachträglichen nochmal eingelaufen. Aber war mir im Endeffekt ein bisschen zu wenig für die Gruppe. Warum? Weil der ganze Markt gestern relativ komisch war. Wir haben gestern, ich weiß, ich glaube Ricky hat es gepostet, 25.000.000 US-Dollar wurden in USDC gemintet. Daraufhin, oder das hat wiederum diesen Kursanstieg erst einmal nach oben hin bestätigt. Dann haben wir hier oben eben die 27.400er Marke abgeholt. Haben im Endeffekt hier drüben alle Ineffizienzen gefüllt. Haben es aber wiederum nicht geschafft, diese bei diesem Wick hier oben nochmal anzutesten. So, dann ging im Endeffekt gegen Abend, ich glaube es ist 19 Uhr, der komplette Aufkauf, den wir am Morgen hatten, sofort wieder abverkauft. Wir haben versucht hier wieder ein bisschen Support zu finden. Auch diese kleine 1-Stunden-Demand-Zone hat hier jetzt erst einmal Stand gehalten, Liquidität abgefischt, plus kleiner doppelter Boden, der hier jetzt erst einmal wartet. So, jetzt ist die Frage, ich gehe grundsätzlich immer noch davon aus, dass wir noch einmal tiefere Kurse sehen. Und das wird der heutige Tag zeigen. Wenn wir uns jetzt das Fit-Level ziehen von unserem, ich sage jetzt mal Top bis zu unserem Bottom, erst einmal wird die Marke hier oben um 27.100 US-Dollar sehr, sehr wahrscheinlich eben diesen Move entscheiden. Sollten wir hier oben rejected werden, könnten wir nochmal einen kleinen Short probieren. Natürlich müssen wir dann auch gucken, wie ist die Reaktion hier. Wenn wir sofort instant abverkauft, dann macht es keinen Sinn, dann geht es zu schnell. Sollten wir hier unsere Probleme haben, können wir mit einem sehr, sehr engen Stop-Loss bis ungefähr 27.300 US-Dollar einen kleinen Short probieren. Dann haben wir die Bestätigung eines tieferen Hochs und würden sehr, sehr wahrscheinlich weiter abverkauft. Ansonsten sollten wir nach oben hin durchbrechen. Wäre die nächste Möglichkeit erst, die ich dann sehen würde. Hier oben bei ungefähr 27.500, 27.600 US-Dollar. Aber was man auch dazu sagen muss, generell Bitcoin momentan tue ich mir extrem schwer, hier irgendwelche Entries zu finden. Wegen eben solchen Moves wie gestern, der sofort dann wieder instant abverkauft wurde. Und wenn wir uns das mal im 15-Minuten-Chart angucken, seht ihr auch, normalerweise warte ich immer darauf, dass wir nochmal ein höheres Hoch kriegen, die Liquidität abfischen und dann den Short reinsetzen. Und genau das hier ist eben nicht passiert. Wir hatten unser Top mit relativ viel Volumen, muss man schon sagen, auf dem 15-Minuten-Timeframe. Dann ging es runter. Doppeltop im Endeffekt hier gebildet, aber halt nicht dieses höhere Hoch. Und das war auch für mich dann der ausschreckliche Grund, nicht nochmal hier in den Short reinzugehen. Natürlich kann man das im Nachhinein immer schön beurteilen, indem man sagt, okay, wir hätten doch hier im Golden Pocket Short gehen können. Natürlich hätte man das. Problem ist aber, wir haben hier drüber viel, viel mehr Liquidität. Deswegen im Endeffekt dann kein Short mehr, den ich hier mitgenommen habe. Aber gut, jetzt warten wir erstmal ab. Wir haben hier momentan so eine kleine Bildung eines doppelten Bodens, der uns dann zumindest mal hier hochführen könnte in Richtung 27.140 und dann schauen wir weiter. Aber wie ich es gerade eben gesagt habe, momentan die Märkte komplett uneins. Keine klare Richtung, wo ich jetzt sagen würde, okay, da können wir jetzt long, da können wir jetzt short reingehen. Deswegen versuche ich momentan einfach mehr in eben die Stockmärkte reinzugehen. Und auch da werden wir jetzt mal ganz kurz reingucken. Übrigens Gold, zweiter Take-Profit erreicht. Wir haben darüber gesprochen, hier im Golden Pocket. Erstmal Glückwunsch, möglicher Short Entry werde ich mir gerade hier noch überlegen. Schauen wir jetzt mal, wie der heutige Tag läuft. Ansonsten nochmal ganz kurz rüber zu den traditionellen Märkten. Wir haben hier gestern, wie wir es abgesprochen haben, beziehungsweise angesprochen haben im Wochenausblick, Bullish Divergence, tieferes Tief, daraufhin die erste kleine Erholung. Jetzt hier nochmal versuchen, derzeit so ein kleines, höheres Tief, noch ein höheres Hochzubilden. Sieht ganz gut aus mit dem höheren Tief. Und bei 4.451 direkt ins Golden Pocket. Sollte das jetzt hier halten, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir hier im Endeffekt das Gap nach oben hin schließen. Und beim Nasdaq im Endeffekt 1 zu 1 das gleiche Spiel. Also auch hier bin ich momentan jetzt long reingegangen. Und da warten wir jetzt erstmal ab. Wollte ich euch nochmal ganz kurz mitteilen, so wie der Zwischenstand ist. Und ansonsten Bitcoin, wie gesagt, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Das ist jetzt momentan das Erste, was ich sehen würde. Werden wir hier bearish abgewiesen. Sehe ich ganz stark die Struktur, dass wir nochmal Richtung 25, 5, 25, 2 runtergehen. Das ist ja im Endeffekt der Plan seit über einer Woche. Und ansonsten warten wir jetzt hier erstmal ab. Es bringt jetzt hier nichts, irgendwie 100.000 Spekulationen zu machen. Wir haben morgen FED-Zinsentscheid. Da werden wir auf jeden Fall live gehen, abends um 20 Uhr, beziehungsweise 19 Uhr schon. Und dann werden wir uns den Zinsenscheitern auch nochmal angucken. Die ganze Rede natürlich nicht, aber auf jeden Fall den Zinsenscheitern. Was wird passieren? Und ansonsten tut sich einfach derzeit in den Märkten sehr, sehr wenig. Auch Ethereum, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Wir sind hier oben an die gelbe Linie gekommen. Das war unser Widerstandsbereich. Wir haben es nicht geschafft, hier nachhaltig drüber zu kommen. Weder mit einem 4-Stunden-Close, weder natürlich dann auch mit einem Daily-Close. Also es sieht momentan einfach ziemlich shady aus. Natürlich muss man hier dazu auch sagen, wir sind hier in einer kleinen Aufwärtsbewegung schon drin. Wir bilden keine tieferen Tiefs, eher in Anführungszeichen höhere Hochs. Aber so richtig gut ist das auch nicht. Aber ist auf jeden Fall die Möglichkeit, Bitcoin, seht ihr so den Weg, Erholung. Und das könnte dann Ethereum vielleicht auch nochmal dazu bringen, hier die Marke von knapp 1700 US-Dollar zu erreichen und dann einen möglichen Short zu triggern. Ansonsten, wie gesagt, gibt es wenig zu besprechen derzeit. Fokus derzeit mehr auf Stocks und Forex-Märkte. Bitcoin, wenn sich was ergibt, auf jeden Fall am Ball bleiben. So, ansonsten gibt es von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Gerne, wie gesagt, ein Like da lassen, ein Abo da lassen, eure Meinung unten in den Chat reinschreiben. Wie seht ihr momentan Bitcoin? Tut ihr euch auch so schwer, irgendwelche Entries zu finden? Oder sagt ihr, nee, alles easy peasy. Bitcoin geht to the moon. Gerne unten reinschreiben. Das war es von mir. Wir hören uns dann möglicherweise später nochmal. Weiß ich aber noch nicht ganz. Bis auf jeden Fall dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.